Bisher kann man Aufgaben nur in Outlook, To-Do oder dem Planner anlegen. In Zukunft soll das bei Microsoft in fast jeder App funktionieren. Was Microsoft genau plant, erfährst du in diesem Video. Los geht's! Diese Grafik haben wir von Microsoft. Microsoft hat in einem Video die Strategie für Aufgaben mit Microsoft 365 erklärt. Wen das ganze Video interessiert, wir haben es unten verlinkt. Die spannendsten Punkte aus unserer Sicht haben wir aber in diesem Video verarbeitet. Also, hier die Apps in dieser Grafik sind in drei Bereiche aufgeteilt. Einmal die Task-Engines, dann die Task-Hubs und die beiden äußeren Kreise. Hier, Third-Party und First-Party, das sind die Task-Endpoints. Zuerst die Task-Engines. Im Mittelpunkt der Aufgaben steht auch in Zukunft der Planner und To-Do. Das ist nichts Neues. Planner für Projektmanagement und To-Do für meine persönliche Aufgabenliste. Diese beiden Tools sind sozusagen der Motor der ganzen Aufgabenwelt in Microsoft 365. Gehen wir mal einen Kreis nach außen. Die Task-Hubs. Wir arbeiten einen Großteil des Tages in Outlook und Teams. Dort organisieren wir unsere Arbeit, Selbst- und Team-Management. Und deshalb ist es logisch, dass dort auch die Aufgaben angezeigt werden können. Selbstverständlich wird jede Änderung mit den Task-Engines synchronisiert. Soweit ist das erste Mal auch nichts Neues. Damit arbeiten wir täglich schon, dass wir in Outlook die Aufgabenliste haben, die synchronisiert mit To-Do. Dass wir in Teams seit kurzem eben nicht nur in den Teams, sondern auch zentral alle Planner-Aufgaben anzeigen können. Das geht heute schon. Was ich an dieser Grafik spannend finde, sind die Task-Endpoints. Also hier ist es aufgeteilt in Third- und First-Party, die beiden äußeren Kreise. Also die Task-Endpoints. Wenn wir heute eine Aufgabe erstellen, dann machen wir das direkt in To-Do oder vielleicht in Outlook oder in Teams. Eben in den beiden inneren Kreisen. In Zukunft wird es aber möglich sein, die Aufgaben direkt in Word, Excel, PowerPoint usw. anzulegen. Also hier in den beiden äußeren Kreise, wo das heute eben noch nicht geht. Ich möchte, dass es mal etwas konkreter wird, an dem Beispiel von einem Word-Dokument zeigen. Ich habe hier ein Word-Dokument. Wenn ich nun Aufgaben an andere delegieren möchte, kann ich über Kommentare direkt Kollegen erwähnen. Das heißt, ich markiere hier mal Text und erstelle zu diesem Text einen Kommentar. Und worum geht es? Bitte Inhalte sammeln. Und jetzt sage ich, wer soll das tun? Also ein Add-Zeichen. Jetzt bekomme ich schon eine Auswahl hier und kann noch einschränken, jetzt indem ich den Namen eingebe. Also ich bitte den Timo, das zu machen. Ich habe ihn hier erwähnt. Wir kennen das schon aus Outlook, diese Erwähnungen. Wenn ich so eine Erwähnung hier in Word mache, und das geht auch in Excel oder PowerPoint, dann wird Timo automatisch benachrichtigt in Outlook, dass ihm eine Aufgabe zugewiesen wurde. Also aktuell bekommt er noch eine E-Mail geschickt, das ich ihn erwähnt habe hier. Microsoft arbeitet aber daran, dass in Zukunft direkt eine Aufgabe im Planner angelegt wird. Also Stufe 1 ist das mal per Mail. Jetzt benachrichtigt wird, das geht jetzt schon. Stufe 2 ist dann, dass er in Planner eine Aufgabe bekommt. Ich finde das richtig gut. Ich muss also nicht das Tool wechseln und im Planner eine komplizierte Aufgabe anlegen. Ich kann das ganz direkt hier intuitiv im entsprechenden Kontext machen. Schauen wir uns nochmal die Grafik an. Es gibt so viele Quellen für Aufgaben. Aus einer E-Mail. Aus einem Word-Dokument. Aus einer Excel-Kalkulation. Vom Smartphone aus. Per Sprachsteuerung. Aus OneNote heraus. Aus einem Teams-Chat. Aus Sharepoint-Listen. Aus PowerPoint. Und so weiter. Und Microsoft arbeitet aktuell daran, dass man von all diesen Stellen direkt Aufgaben für sich und für andere erfassen kann. Und dass man jetzt jedes Mal nach Outlook, To-Do oder Planner wechseln muss. Manches geht schon im Ansatz, aber das kann man alles noch optimieren. Das Ziel, ich kann meine Aufgabe an allen möglichen Stellen erfassen und habe nachher doch meine One-To-Do-List. Meine führende Aufgabenliste, auf der alle Aufgaben zusammengefasst wurden. Egal in welchem Programm sie entsteht, ich habe alle meine Aufgaben auf meiner One-To-Do-List. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und du fandest das genauso spannend wie ich, diese Entwicklung oder diesen Plan von Microsoft. Falls ja, dann freue ich mich über einen Daumen nach oben von dir. Schreib gerne auch einen Kommentar zu dem Video. Und abonniere auch gerne unseren Kanal, wenn dich das Thema Microsoft 365 interessiert. Jetzt wünsche ich dir eine gute Woche und bis zum nächsten Video. Ciao.